Hallo zusammen, hier ist wieder Heuteler und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder Zinnrock angehen. Und ich habe ein gutes Gefühl, das könnte heute drin sein, wir geben insgesamt 100 Kisten aus. Und zwar haben wir die einmal hier schon im Säckchen. Die restaurierten Artefakte, die wollen wir jetzt einmal kaufen. Und da kaufen wir jetzt einmal die Trollischen, also die hier, und zwar 100 Stück. Und ja, die machen wir einmal auf, da sind dann ein paar Fragmente drin, beziehungsweise mit ein bisschen Glück auch ein paar Trolltafeln. Und dann können wir uns Trollrelikte zusammen basteln. Und diese Trollrelikte, wenn wir Glück haben, ist da quasi Zinnrock dabei. Aktuell habe ich schon einige aufgemacht. Habe auch schon meine ersten zwei blauen Items. Was bedeutet, das dritte ist halt anscheinend das, was dann lang dauert. Hatte halt Pech, dass ich nicht bei den ersten beiden das Zinnrock-Item gekriegt habe. Aber wir lassen uns jetzt davon nicht runterziehen. Haben ja noch ein paar Kisten und wir ziehen es jetzt einfach hier aus den hinteren Dingern raus und gut ist. So, und TSM braucht hier noch ein bisschen, bis es alle Kisten rausgeholt hat. Aber so geht es trotzdem schneller, als wenn ich die quasi manuell einzeln kaufe. So, Dinger sind umgewandelt. Dann machen wir hier unser Menü auf, dass wir auch sehen, bei wie vielen Fragmenten wir sind. Wir wollen ja nicht overcappen, ne? Und dann ziehen wir hoffentlich Zinnrock raus. Das ist jetzt, glaube ich, schon die fünfte Episode, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Schauen wir mal. Ich bin ja nebenbei auch am Streamen. Die Leute sind so ein bisschen am Mitwetten, wann ich es denn rauskriege. Es wurden schon Hervorsagen getroffen. Unter anderem, dass ich es in der siebten Episode kriege. Ich hoffe mal, dass ich es vorher bekomme. Aber wir werden sehen. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Jetzt sind es, so wie es aussieht, leider nur dieser graue Trash. Das, was ein bisschen schade ist, ne? Hier in Classic, und die tolle Relikte zählen im Endeffekt zu Classic dazu, ist es halt so, dass wenn man ein Relikt löst, dass man halt nur so grauen Mist bekommt. Und ganz selten halt diese speziellen blauen Items, was Zinnrock halt auch eins von ist. Und, ja, in den höheren Expansions, ich meine, ab Mist of Pandaria ist es so, wenn man was löst, ne, von den höheren Expansions, dann kriegt man ein Item, was man anklicken kann, was man halt wiederum zu so einer Kiste zusammen basteln kann. Ah, ich hab wieder overcapped. Scheiße. Aber nicht viel overcapped, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ärgerlich. Und somit habe ich halt auch diese Kisten gefarmt, ne, mit denen ich jetzt die anderen Kisten gekauft habe. Ähm, indem ich halt hier in Mist of Pandaria rumgetigert bin und dort Archäologie gemacht habe. Ähm, es gibt nämlich hier so ein Item, das nennt sich Sonar für Mantis-Artefakte. Und da kriegt man dann, ähm, nur noch Mantis-Ausgrabungsstätten. Und die sind alle relativ nah beieinander. Da musst du nicht weit fliegen. Die sind auch ziemlich klein, also du musst auch in diesen Ausgrabungsstätten nicht sonderlich weit rumlaufen. und kannst dann halt einfach, ähm, ja, sehr schnell diese Kisten farmen, ne. Also schneller, meine ich zumindest, als wenn ich direkt Troll-Relikte farmen wollen würde. Deswegen mache ich das jetzt hier über die Kisten. Aber, ähm, wie ich es auch schon in anderen Videos mal erzählt hatte, sollte es jetzt ganz blöd laufen und ich jetzt innerhalb von meinen, äh, ne, zehn, ähm, Kisten-Videos, die ich ja jetzt hier schon in Anführungszeichen vorbereitet habe, nicht Zinnröck rausziehen, dann werde ich mal auch Lostigern und Troll-Relikte an sich farmen und einfach mal so ein bisschen gegenrechnen, was ich da in der Stunde kriege, ob sich das rentiert oder ob sich das nicht rentiert. Aber das werden wir dann sehen. Ich vermute, dass sich es nicht rentiert. Deswegen habe ich es gleich schon, ähm, mit der Methode gemacht, die die allermeisten Leute auch empfohlen haben. Aber manchmal ist ja auch nicht schlecht, wenn man Sachen checkt, ne. Viele von den Empfehlungen waren auch, ähm, schon ein bisschen älter. Mittlerweile gibt es ja auch das Drachenfliegen, heißt diese ganz großen Distanzen, die man hat in den östlichen Königreichen, ähm, die sind nicht mehr ganz so schlimm, weil du ja wesentlich schneller von A nach B mit dem Drachenfliegen kommst, ne. Also, das Drachenfliegen ist zwar jetzt nicht ganz so schnell wie auf den Dracheninseln, ne. Man hat ja diesen kleinen Malus außerhalb der Dracheninseln. Versteht zwar nicht so ganz, warum Blizzard da sich unbedingt einbildet, da so einen Malus zu machen, aber gut, es ist so. Aber man ist trotzdem wesentlich schneller als mit normalen Fliegen. Also, das ist schon angenehm mittlerweile. So, jetzt geht's hier wieder Richtung Ende und ich hab bis jetzt leider nur wieder grauen Trash drin. Grauer Trash. Tja, Satz mit X, das war wohl nix. Die Dinger werden auch langsam weniger, die Trolltafeln. Und ja, damit sind wir tatsächlich wieder durch. Ich hab insgesamt jetzt wieder 100 Kisten durchgebraten und es war wieder gar nix. Ja, wenn ihr wollt, schaut ihr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann werden wir wieder 100 öffnen. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Euer Tillar. Bis dahin. Ciao.